herzlich willkommen beim mediale energetik treff und heute machen wir eine meditation die dein blut in ballung bringen wird und die leichtigkeit einen aufschwung ermöglicht und ich lade dich herzlich zum tanz ein und zwar zum tanz mit dir selber zum tanz mit dem leben und zum tanz mit deiner lebensenergie und dieses gefühl du wirst zum tanz geladen kannst du gleich mal mitnehmen also schließen mal deine augen und atme mal tief ein und wieder aus und nochmals ein und wieder aus und wenn du jetzt so wie ich vielleicht ein tanzmuffel bist oder nicht ganz so sicher am parkett machte da keine sorgen also du musst nicht wirklich tanzen sondern es ist ein energetischer tanz und dieser energetische tanz funktioniert jetzt mal in teil 1 in einer reinigung deiner energien und wenn du möchtest kannst du auch deinen körper dazu bewegen also so wie eine reinigung sich anfühlt das kann ein tanz sein wie wenn du unter der dusche stehst und ich einfach waschen würdest oder es ist wirklich nur ein schwingen in schwingung der reinigungsteil reinigungsteil und bei mir startet das jetzt so vom becken aus hintere wirbelsäule in einem strahlenden weißen licht wo einfach so ablagerungen zu verspannungen versperrungen im beckenbereich im unteren wirbelsäulenbereich jetzt mal gelöst werden können deine hüfte dein becken wird so energetisch geöffnet und gereinigt also wirklich zu becken hüfte bereich erfährt jetzt mal eine reinigung deine beckenknochen werden in die optimale form gebracht und werden dabei geschraubt dass noch mehr energie durchfließen kann stress aufgestauter stress wirklich wutenergie oder wenn du mit hämorrhoiden was zu tun ist zur hämorrhoiden energie die wird jetzt einfach abgesaugt gereinigt und du spürst wenn du dich ein fühlst in dein becken dass das wirklich frei wird dass das aufgeht du kannst dich richtig so bewegen mal möglich mal so auch mit der hüfte einfach mal so ein bisschen bewegen und du spürst dem wirklich wie dieser untere bereich gereinigt wird müdigkeit und erschöpfung wird jetzt aus deinem system entfernt aus deinem körper weiter gereinigt und das funktioniert jetzt wurzelschakra nabelschakra herz chakra solar plexus in einer reihenfolge wurzeln nabel herz solar plexus wurzeln nabel dann eines überspringen bar bar eins überspringen und dann wieder runter schritt schritt hüpf schritt zurück schritt schritt hüpf schritt zurück schritt schritt hüpf schritt zurück schritt schritt löst alte aufgestaute energien transformiert und auch dieses feststecken in normen was sich gehört in regeln wird jetzt richtig herausgezogen aus dir also du kommst richtig in eine energetische waschmaschine rein kannst du dir vorstellen und auch diese bewegung kannst du wenn du möchtest aus agieren also diese bewegung kannst du aus agieren alles raus wir haben also jetzt ein geöffnetes becken hüfte und jetzt auch wurzel nabel und solar plexus das ist so quasi wirklich die wirbelsäule und der brustkasten denen sich umgehen auf nun richtet sich auch deine halswirbelsäule und ein schädel dazu auf und der rhythmus den du da jetzt spürst ist ein walzerrhythmus ist ein wiener walzer ist der donauwalzer also stell dir mal in deinem inneren vor dieses da 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 mach einfach mit Und lass mal diese Schwingung dieser Musik so in dich eindringen. Wiederhol einfach mal jetzt diesen Donauwalzer in dir. Da, 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 da. Und während du das wiederholst, öffnen sich deine Schulterschakren. Dein Körper öffnet sich auch bei den Schultern. Altlasten fließen von dir ab. Und du spürst, wie du in einem strahlend weißen Anzug oder ein strahlend weißes Kleid gehüllt wirst. Und du spürst, dass dieser Anzug oder dieses Kleid dich führt. Und zwar durch diese Walzerklänge führt. Da, 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 da. Und du siehst einen unendlichen Ballsaal. Und du wirst zum Tanz geführt. Und diese Führung passiert wirklich aus deinem Nabelschakra raus. Und du spürst, dass du in Schwingung gehst mit diesem Walzerrhythmus. Und erlaube dir jetzt einfach mal wirklich diesen Tanz zu spüren. Und dieser Tanz soll jetzt, dieser Klang, auch dieser Walzer soll jetzt wie eine Treppe verstanden werden. Also stell dir mal vor, du tanzt jetzt auf den unteren Stufen dahin. Da, 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 da. Und gehst eine Stufe höher. Da, 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 da. Noch eine Stufe höher. Da, 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 da. Noch eine Stufe höher. Und höher und höher. Und das ist ein Tanz, ein Ziehen. Das ist, wie wenn dich deinen Tanzpartner in dein Tanzpartner immer höher hochhebt. Und dein Tanzpartner, Tanzpartnerin ist natürlich deine Lebensenergie. Und du spürst, dass du jetzt am Ball der Lebensenergie bist. Und das ist ein Ball der Freude, ein Ball des Tanzens, ein Ball der Heilung. Grünes, heilendes Licht, gelbes, heilendes Licht, weißes, strahlendes Licht, alles ist hell und alles ist klar und alles ist beseelt und ist offen. Und du spürst jetzt diese Bewegungen und erlaubst dir diese Beseeltheit, diesen Tanz in deine Zellen einfließen zu lassen. Dieses Schwingen. Da, 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 da. Lass diese Schwingen jetzt bitte in dich einfließen. In jede Zelle deines Körpers, in jede Blutzelle. Und in diesem Augenblick entgiftest du. Du entgiftest von dem Schleier der äußeren Welt. Du entgiftest dich von allen Anspannungen, allen Horrormeldungen, allen Sorgen. Du spürst, dass du am Tanz des Lebens, am Ball des Lebens teilnimmst. Atme mal tief ein und wieder aus. Und spür den Tanz. Und spür jetzt auch die Leichtigkeit. Und in dieser Leichtigkeit gehst du nochmal Schritte nach oben zu einer absoluten Transformation deiner Gefühle und Gedanken. Alles, was dich einengt, alles, was dich klein macht, alles, was dich unter Druck setzt, darf jetzt nach oben entschwinden. Und erlaube dir das jetzt zu spüren. Und erlaube dir das jetzt zu spüren. Erlaube dir wirklich jetzt, diese Öffnungen zu spüren, diesen Tanz zu spüren, diesen Rhythmus zu spüren, diesen Walzerrhythmus, den du im Blut hast. Und all die Töne, alle Klänge, alle Frequenzen, die du benötigst, sind in dieser Melodie, in diesem Tanz enthalten. Und du spürst, wie du mit deiner Lebensenergie im Fluss bist. Und diesen Tanz genießt. Und du spürst den, vielleicht auch einen leichten Schwindel von dem Drehen, das ist völlig okay. Aber du spürst eben auch eine Freude und eine Leichtigkeit. Und alle Regeln und Normen und gespeicherten Dramen fallen von dir ab. Und du bist absolut in diesem Moment. Und du erlaubst dir jetzt auch, nachdem ja die Zellen deines Körpers schwingen, bring nochmal dein Herz in diesen Rhythmus, bring deine Organe in diesen Rhythmus, in diesen Tanz, in diese Leichtigkeit. Auch die Entgiftungsorgane, Verdauungsorgane, Aufwechselorgane, also alles, was du an Drüsen hast, im Körper. All das wird jetzt auch in diese Schwingung gebracht, in diese höhere, 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 höhere Schwingung. Und du spürst jetzt, wie sich dein Kronenchakra öffnet. Und wie du nun dazu eingeladen wirst, deine Vergangenheit loszulassen. Und zwar die Dinge in deiner Vergangenheit, an denen du festhaftest. Vielleicht Chancen, die du nicht genutzt hast. Vielleicht Sachen, über die du nicht traurig bist. Ob das zwischenmenschliche Geschichten sind oder berufliche Geschichten. All das, wo du dich zusammennehmen musstest oder dich zusammengenommen hast und das Gefühl hattest, du musst da jetzt besonders stark sein. All das wird jetzt befreit und nach oben hin transformiert. Und du spürst ihm jetzt noch einmal diesen Rhythmus, dass es ruhiger wird in dir und klarer wird. Und dass auf deinem Stress und deiner Trauer alles, was du jetzt abfließt, Freude wächst. Freiheit wächst. Flexibilität wächst. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und nochmals tief ein und wieder aus. Und du spürst nun Frieden, Ruhe und Zufriedenheit. Und in diesem Frieden, in dieser Zufriedenheit, liegt aber auch eine tiefe, tiefe Leichtigkeit. Ein Augenzwinkern, ein verschmitztes Lächeln. Und du spürst, dass deine Lebensenergie sich wieder aufmacht zu einem weiteren Tanz, einem weiteren Walzer. Und du spürst richtig, wie du hochgehoben wirst und wie dein ganzes System in Schwingung kommt. Und du lässt jetzt diesen Tanz zu. Und das ist ein noch wilderer Tanz mit Pirouetten, mit unglaublich vielen Drehungen. Und du spürst, dass das dein Lebenstanz ist. Dass dein Leben keine konstante Linie ist, keine gerade ist. Nichts ist, was du planen kannst, sondern dass es ein Tanz ist, ein unendlicher Tanz, der in einem unendlichen Ballraum stattfindet, in einem Tanzsaal stattfindet. Und du erlaubst jetzt diese Unendlichkeiten dir aufzunehmen. Und du spürst, dass du absolut mit deiner Lebensenergie verbunden wirst. Also deine Tanzpartnerin oder dein Tanzpartner stellen sich jetzt ganz nah an dich heran und verschmelzen mit dir. Und du atmest dieses Gefühl des Verschmelzens mal tief ein. Und du visualisierst, dass wirklich deine Tanzpartnerin oder deine Tanzpartnerin mit dir verschmelzen. Und du spürst jetzt, dass es ein Tanz mit dir selber war, mit deinem Leben. Und du bedankst dich bei der geistigen Welt für ihre Unterstützung und Förderung. Und spielerisch und leicht und entspannt und erholt. Bewegst du jetzt deinen Körper, streckst dich durch. Und kommst genau in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und spürst du nochmal so deinen Nabelschakra, die Lebensenergie. Und die Freude und Leichtigkeit. Und du weißt, du kannst jederzeit wieder an diesem Tanz, in diesem Lebenstanz teilnehmen. Den Ballsaal wieder aufsuchen. Und jetzt öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Streckst dich nochmal durch und fühlst dann einfach nochmal nach. Wie ist es dir mit dieser Meditation begegangen? Ich bin schon gespannt auf deine Kommentare. Schreib es mir gerne unten rein. Auf deine Erfahrungen natürlich auch. Lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonnier den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Tschüss, bis nächstes Mal.